zusammen und wann da geht es mit dem nächsten mussten wir an dieser stelle zu finden ist bei dem bus müsst ihr euch einmal hierhin porten und einmal in die hühle hier direkt am wasserfall eingehen er ist so minimal versteckt sein was war so sollte jetzt keine herausforderung waren der gute so was bist du und ist kein gift vollkommen jetzt warten was man es reicht wir wollen den ich habe mein ebenso wie man jetzt darf der uns neulich abfackeln 30 prozent erst so schön wenn die beim ersten mal bleiben drinnen bleiben würden aber am zweiten coole sache und sogar eine ganz gute passiva und bei dem kann man glaube ich kann man relativ früh reiten glaube ich das so 26 könnte man den reiten ja und die passive war lass uns noch mal schauen arbeitstempo geht es macht den holz ja geht so aber ich habe hier gerade alle boss ab dem entsprechend was das schon ich danke euch fürs Zuschauen tschau tschau bis zum nächsten mal so 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 Vielen Dank.